Ja moin moin meine Lieben, weiter geht's hier mit Harbour World von Opias, mit mir euerm Kapitän Fred und hier in dem schönen Hafen Fethafen. So haben wir ihn das letzte Mal genannt und nochmal schauen was hier los ist von wegen Urlaub. Es geht weiter natürlich und wir werden sehen welche neuen tollen Aufgaben heute auf uns warten. Schauen wir doch mal, was sagt denn unser Freund hier, Sammelobjekte, Ahoi Landratte. Ja ich hoffe mal der spricht nicht mit mir oder? Ich habe da etwas, eine Spezialmission und du scheinst der Beste für sowas zu sein. Es geht um etwas wonach ich schon seit langem suche. Meine alte Sehhilfe, mein Fernrohr, es mag verrostet, krumm und zehnmal älter sein als ich und ein Fernrohr gehört einfach zu einem Hafen Besitzer. Da hat er wohl recht oder? Wo soll man denn sonst durchkippen? Also, wollen wir mal schauen und versuchen mal sein Fernrohr zu suchen. Nicht, dass wir durch die Duggen laufen müssen. Wisst ihr was das heißt, durch die Duggen laufen? Die Duggen, das sind die Tauende, die man so früher als Züchtigungsmittel genommen hat, auf alten Segelschiffen. Also, eine kleine Strafe, die wollen wir natürlich entgehen. Und schauen wir doch mal, ob wir sein Fernrohr hier finden. Finde das alte Fernrohr des Käpt'n. Tja, wo soll man denn da schauen, du? Bereise die östlichen Ostsee-Häfen. Tja, da waren wir doch gerade. Wir waren noch in Estland. Da sind wir noch gewesen. In Tallinn. Tja, da müssen wir noch mal hin. Noch mal in die Ostsee. Und schauen, ob wir da was machen. Wir waren ja in Griechenland auch noch unterwegs. Und ja, da müssen wir wohl noch mal hin, du. Also, weiß ich auch nicht. Jedenfalls schien das ja nicht so gut gelaufen zu sein mit seinem Fernrohr. Das müssen wir wieder fällen. Aber was ist denn hier überhaupt los? Der will auch was haben. Die tägliche Lieferung. Ja, super, dass wir wieder da sind. Neue Lieferung. Auch wieder ein Bonus. Aber um den erstmal gegenzunehmen zu können, müssen wir ja erstmal schauen, dass wir unser eigenes Schiff hier beackern. Der müsste ja auch erstmal wieder beladen werden. Und das Ganze läuft ja ganz gut hier. Es ist ja ganz leer jetzt. Die ganze Fracht ist in Griechenland angekommen und muss jetzt wieder neu beladen werden. Sonst auch niemand hier. Keine Deckspassagiere. Niemand in der Kajüde. In 10 Sekunden kommt erstmal alles wieder runter und rauf. Und dann geht es hier weiter. So, was machen wir denn noch? Wir können ja auch immer wieder gucken, ob wir im Siegewerk auch wieder eine Produktionsdaten können. Hier gibt es ja auch wieder Erfahrungspunkte und Holz natürlich auch. Und hier eine Erzmine. Da ist ja auch immer ordentlich was zu tun. Oh, hier haben wir sogar wieder was bekommen. Hier ein bisschen Kohle. So, jetzt wieder einladen. Und da müssen wir mal schauen. Gucken wir gleich mal auf die Karte und schauen, welchen Hafen wir da am besten bereisen, um hier das Fernrohr zu gucken. Jo, schauen wir doch mal. Also, kennt ihr euch denn aus in der Ostsee? Okay, seid ihr denn alle seetüchtig im Geiste? Und auch hier könnt ihr euch mit den Karten auch gut auskennen. Ich will nicht, ich erzähle euch da mal was. Das ist hier die Ostsee. Das habt ihr ja sicherlich auch schon mitbekommen hier. Und gucken wir mal, welche Länder hier alle in der Ostsee sind. Das ist mal ein Dänemark hier. Das ist Schweden. Da haben wir Finnland, Estland, Lettland, Litauen. Hier ist sogar noch ein kleines Stück von Russland drin. Da könnt ihr gar nicht sehen hier, aber das ist eigentlich auch da. Und Polen und Deutschland natürlich. Deutschland ist auch da. So, jetzt müssen wir mal gucken, was nehmen wir denn jetzt? Welchen Hafen? Hier ein Hafen von einem Land. Das blinkt hier so ein bisschen. Seht ihr das? Das ist hier diese Flagge von Finnland. Was ist die Hauptstadt von Finnland? Ja, Heysinki natürlich. Heysinki. Gehen wir mal da hin. Was ist denn hier los? Da ist irgendwie Holz. Vielleicht wollen die Holz oder die gehen mit Holz. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt mal Käpt'n Drühsbord da hinschicken. Und dann wollen wir mal schauen, ob das Fernrohr des Käpt'n, ob das da ist. Er hat ja sonst nichts gesagt. Bereise die östlichen Ostsee-Häfen. Also ganz im Osten. Ja, na gut. Also, dann wären wir vielleicht mit Deutschland oder mit Dänemark gar nicht so gut beraten. Das ist ja eher im Westen. Habt ihr überhaupt ein bisschen mal... War die schon mal in Dänemark? Es gibt ja ja im Skalajag. Da trifft die Nord- und die Ostsee aufeinander. Sieht ganz komisch aus. Dann müsst ihr mal ein Bild, müsst ihr mal... Muss ich euch mal zeigen. Vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht beim nächsten Mal. Dann zeige ich euch das. Und dann könnt ihr mal sehen, was da los ist. So, ansonsten beim Radar. Ich könnte ja hier die Einfahrt gewähren. Ach ne, da sind wir ja schon unterwegs hier. Dann können wir in der täglichen Lieferung was nehmen. Sonst sind wir hier Finnland mit Orana-Klasse. Und sonst sind wir da auch ganz gut bedient. So, wie sieht's denn eigentlich aus bei unserem Hafenabend? Da haben wir letztes Mal gar nicht reingekiegt. Schauen wir mal rein. Dies ist dein Büro, zentrale Gebäude. Jawohl. Und wir haben ja gerade hier ein Schiff aktiv. Oh, da sehen wir auch übrigens gerade die Kapazität von unserem Hafen. Das habt ihr beim letzten Mal gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Hier können wir nämlich bis 200 speichern. Und beim Holz sind wir ungefähr eine Hälfte. Beim Eisen auch. Also da muss auf jeden Fall noch was gemacht werden. Wir sind noch gar nicht hier richtig in der vollen Kapazität. Ich werde einfach mal schauen. Beim Segelwerk nochmal eine Produktion anstellen. Denn das dauert ja auch ja nur eine Minute. Das ist ja überhaupt gar nicht lang. Können wir ihn ganz schnell machen. Ich finde, da braucht man auch gar nicht mit den Diamanten rumdödeln. Denn irgendwie, das geht auch so ganz schnell. Jedenfalls im Moment. Vielleicht wird's ja auch mal ein bisschen ungeduldiger in der Zukunft. Oder das dauert dann auch länger. Vielleicht, wenn wir ein größeres Segelwerk haben. Das weiß ich ja noch gar nicht. Aber apropos Dödeln. Da bin ich gerade... Wisst ihr eigentlich, woher das kommt? Das Dödel? Gar nicht, ne? Ich habe euch ja gesagt, ich will euch ja jedes Mal, wenn wir hier Harbour World spielen, so mal einen alten Begriff aus der Schifffahrtssprache sagen. Und ein Dödel ist eigentlich so ein Ding, ne? Das verhindert, dass das Wasser eindringt durch die Losche in das Bootsinnere. Also, der Dödel ist eigentlich ein Nagel, ein Scheidennagel, ein Weichholznagel. Der wird so in der Bodung an der Schnittstelle von Losche und Sponung eingeschlagen. Und durch das eindringende Wasser, da quillt er und so dichtet er das. Also, jetzt wisst ihr, was ein Dödel ist. Hat eigentlich mit dem, was ihr vielleicht denkt, überhaupt gar nichts zu tun. Kommt aus der Schifffahrtssprache. Und, äh, ja, haben wir wieder was gelernt, ne? Hier bei Harbour World, lehrreiches Let's Play und ein tolles Spiel. Dann schauen wir doch mal, was hier weitergeht. Da werden wir gerade wieder eingeladen. Das ist ja unser Schiff, die tägliche Lieferung. Und da kriegen wir auch gleich wieder einen schönen Bonus von unserem Matrosen hier mit der Bännchenmütze. Haben wir letztes Mal auch mal gesehen, ja. Jo, ansonsten, hier gibt es hier nichts Großes zu entdecken. Ansonsten, wenn das Fernrohr hoffentlich ist, dass er irgendwo hat das im Hafen liegen lassen. Wenn das jetzt irgendwo am Meeresgrund ist, das wäre ja ziemlich schlecht. Dann brauchen wir ja einen Drockanker. Ja, da müssten wir mit so einem Suchanker den Grund absuchen. Aber, ich denke mal, da können wir uns sparen. Das wird wahrscheinlich irgendwo, irgendwo in einem Hafen, wird das noch rumliegen, das alte Fernrohr. Da haben wir gar kein Problem. So, ja, da sind wir hier durch. Tägliche Lieferung. Sehr schön und super, dass du wieder da bist. Jo, Lieferung ist da. Bonus. Kriegen wir hier da was Schönes für uns rein. Und auch morgen hat er wieder eine Lieferung. Da müssen wir natürlich auch dabei sein. Verpassen wir sonst. Gibt es nämlich jeden Tag. Egal, ob ihr online seid oder nicht. Deswegen am besten online sein. Am besten mitspielen. Übrigens, wenn ihr auch Harbor World mitspielen wollt, dann geht einfach auf den Link. Findet ihr ihn in der Videobeschreibung. Da steht das. Und dann könnt ihr euch auch anmelden. Und hier mit mir Harbor World spielen. Wäre blöd, wenn ich das Ganze alleine mache. So, ansonsten. Ja, den können wir wieder wegschicken. Das ist wieder unterwegs, das Schiff. Und ja, wir sind immer noch nicht ganz auf der Kapazität. Wir haben ja 200. Das heißt, ich kann nochmal ins Siegelwerk gehen. Nochmal die Produktionsdaten. Und das Gleiche auch mit der Erzmine. So. Ich würde sagen, in so einem Let's Play. Da kann man ja schon so, ja, drei, vier Mal hier alles machen. Und dann schön ins Lager mit einer Dörrehand reinstecken. Dann können wir das auch alles speichern. Ansonsten, wie läuft es hier? Mit dem Schwimmbock. Ja, oh, Upgrade. Da geht es ja auch weiter. Ja, man ist ja nicht immer an der untersten Stufe unterwegs. Das geht ja auch mal weiter. Braucht aber Level 6. Da muss ich noch ein bisschen was machen. Braucht noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Bin ja noch Level 5, glaube ich. Da seht ihr es ja hier. Oh, jetzt habe ich irgendwas gemacht. Was habe ich denn da gemacht? Ich glaube, ich habe hier ein bisschen so die Wälder gestutzt. Hier, die Büsche. So ein bisschen an der Gärtnerei. Habe ich ja gar nicht mitbekommen. So, hier in Fethafen. Ihr habt es ja gesehen. Level 5. Da sehen wir es gerade die Erfahrungspunkte. Das seht ihr auch hier an der Leiste. 22.800. Da muss ich noch ein bisschen was machen. Das ist eher so am unteren Rand. Deswegen müsste das mit dem Fernrohr auf jeden Fall klappen. Ich hoffe ja, dass er das in Helsinki, in irgendeinem Ostseehafen, das er es da gefunden hat, liegen gelassen hat. Dass wir es da finden. Das wäre sonst ja echt nicht so schlau, nicht so gut. Aber sonst kriegen wir auf jeden Fall hier die Erfahrungspunkte. Ansonsten, ihr habt das ja vielleicht auch noch nicht mitbekommen, kriegt man ja auch Erfahrungspunkte, wenn man hier sich so ein bisschen betätigt. Und hier zum Beispiel kriege ich ja auch Erfahrungspunkte, wenn ich hier das Sägewerk oder die Erzmine auch immer wieder anklick und die Produktion starte. Das lohnt sich dann schon, sie auch oftmals einzuloggen und immer wieder da zu sein. Dann seht ihr dann, kriegt man auch so klein, viel macht auch Mist, könnte man ja auch sagen. So, wie sieht es aus? Wir sind hier, das ist schon zurück aus Finnland? Nee, oder? Ja, Mensch, ist das schnell, von wegen Oronoklasse, das ist ja, so viele Knoten habe ich noch nie gesehen auf dem Schiff. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, dann wollen wir mal ein kleines, kleines Liedchen anstimmen, oder? Für die Einfahrt. Was habe ich denn davon? Und los geht's. Und da ist es auch schon. Hier geht's rein mit dem Schiff. Oh, da wollen wir mal hoffen, ob das gekloppt hat mit dem alten Fair Raw, ob er das in Haysing hier gelassen hat. Aber wir schauen mal, bisher passiert noch nichts. Erstmal alles einladen. Oh, meldet er sich zu Wort oder nicht? Wenn nicht, müssen wir uns einen anderen... Oh, jetzt haben wir es hier schon. Lagerplatz für Holz, es ist erschöpft, erweitere da ein Hafenamt oder ein Holzlager bauen. Das wäre mal eine gute Idee. Haben wir überhaupt alles, was wir dazu brauchen? Wir brauchen Holz und haben wir doch alles. Das seht ihr. Dann werden wir uns mal ein schönes Plätzchen suchen für unser Lager. Ja, ja, mache ich alles, mache ich alles. Und dann sind sie schon am rumstressen. So, wo machen wir denn das? Hier, gleich. Am Hafen. Jawoll. Zack. Da geht's los. Dann machen wir das. Lagen erstmal wieder was ein. Und hier gibt's auch schöne Erfahrungspunkte und alles drin. Wir gucken nochmal, ob ich hier vielleicht noch was anderes bauen kann. Hier mit Erzlager. Das dauert auch eine Minute. Haben wir nochmal Platz? Oh, wir sind ein bisschen eng hier im Hafen. Aber auch gemacht. Tja, wir gehen hier an den ganzen Lager. Gehen hier los. Und hier müssen wir mal schauen. Also, in Estland, in Tallinn, da war wohl nix. Sonst hätten wir das letztes Mal bestimmt mitbekommen. Hier in Helsing auch nicht. So östliche Ostsee. Tja, fahren wir mal nach Lettland. Nach Riga. Riga ist die Hauptstadt von Lettland. Ist auch super schön. War ich auch schon mal in der Stadt. Und hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich ist dort das Fernrohr. Sonst, tja, sehen wir ganz schön dumm aus. Da gucken wir in die Röhre, würde ich sagen, beim nächsten Mal. Und ja, also Daumen drücken, dass wir das dort finden. Ansonsten, egal, wir suchen die ganze Ostsee ab. Alles für unseren Käpt'n Freund. Und tja, wie gesagt, sind wir beim Schluss angekommen für dieses Mal. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Euer Käpt'n Fred.